Willkommen mal wieder zu einer Runde Minicraft auf dem lustigen Werkwerk-Server. Aktuell bin ich am Vorproduzieren, deswegen nicht wundern, dass ich ein bisschen verwirrt manchmal bin. Okay. Fängt schon gut an. Bester Anfang ever. So, so, ja, hui. Ich hatte gerade Angst, dass ich wieder sterbe. Mal wieder, Softbox ist aktuell nicht an, aber ich hoffe, das ist trotzdem okay, auch wenn das Licht dann nicht so krass ist. Man sieht mich ja eigentlich noch. Zwar nicht richtig gut, aber man sieht mich. Das reicht doch. Regenbogen, hieß die Map. Oh. Polaroid. Aber Regenbogen hatte ich noch gar nicht als Modul. War mein erstes Mal. Also auf der Map. Regenbogen. So, was haben wir hier? Polaroid. Ob ist ein Schmetterling angelehnt an Life is Strange? Fragezeichen, Ausrufezeichen? Habe ich sie rausgefunden, die Anspielung an Life is Strange? Fragezeichen? Ja, wirklich krass, ne? Oh, ich wüsste, ob das endlich was mit Life is Strange zu tun haben soll. Ähm, aber das würde mich jetzt interessieren. Ist ein Mod da, der mir das sagen kann, bitte? So. Das macht gar keinen Schaden, der Kaktus. Oh. Alter, wie ich mir hier durchjumpe. Wie ein Profi. Ich mach den Weg wieder so. Da haben sich die Leute gewundert und gesagt, ja, so kann man ja auch das Modul USA machen, ne? Die kam wohl nie auf den Trick 993, den ich immer anwende. Ja. Oh yeah. Und hopp. Oh nee. Jetzt nur nicht failen. Oh, sagte er und fällt was runter. Jetzt nur nicht failen, bitte. Oh. Ja. Ja. Oh. Ich hab das geschafft. Cake. The Cake is a lie. Ah, das war wieder so knapp. Ähm, heute habe ich schon unglaublich viel Pokémon aufgenommen. Ein bisschen Jump World habe ich aufgenommen mit Tommy und Wintercracker schon mal und ich bin glaube ich seit heute Morgen wirklich durchgehend fast nur am Videos aufnehmen. Ja, man ist das Hören einfach so richtig matsch. Dann ist man so richtig brain weg und denkt nur noch, oh, meine Kraft. Aufnehmen. Aber ja. Ist halt so. Ich fahr halt schon am Donnerstag weg. Habe ich schon erzählt. Das ist dann aber doof. Oh Gott. Und Leute haben gesagt, oh, er will Mittwoch unbedingt aufnehmen. Meint ihr bestimmt? Ähm, No Man's Sky. Das hätte ich nein. Auch wenn ich vorhat, es zu machen. Ähm, kommt es bei mir wahrscheinlich nicht rechtzeitig an, dass ich es noch machen könnte. Äh, bei mir kommt das leider erst später an. Aber ja. Ich hatte eigentlich vor, das natürlich auch zu spielen. Es sah bisher immer interessant aus, No Man's Sky. Ähm, deswegen wollte ich es gerne machen. Aber im Endeffekt, wenn es... Toller Fail werde ich es wahrscheinlich nicht machen. Leider. Ne, leider muss man dazu sagen. So. Ah. Ups. Es kommt schon. Mann, was mache ich denn? Ich fände einfach total toll. Oh, ich bin so dumm. Klassenausflug. Ja, ich versuche hier den Klassenausflug gerade zu schaffen, Mann. Ey. Ich fände auch immer an den selben Stellen gerade runter. Ah, ich bin so ein doof Trottelkopf. Doof Trottelkopf. Was ich mir patentieren, ist jetzt meins. Oh, nein. Ah. Äh. Ui. Ah. Oh. Oh. Oh Gott, oh Gott. Aber im PvP werden wir hoffentlich dann alle wecken. Ich weine gleich. Ist der Morgen weit in der Aufnahme? Fragezeichen? Zusammenbruch in der Aufnahme? Äh. Ey, wie kann ich denn immer noch solche... Probier's mal. Mit Gemütlichkeit. Mit Ruhe und Gemütlichkeit. Das wär mal was, ne? Wieso bin ich denn jetzt da hängen geblieben? Kann mir das mal irgendwer erklären? Ich bin doch vorher noch nie hängen geblieben. Mann, ich bin so hängen geblieben, Junge. Na. Ob. Was tue ich denn? Was tue ich denn? Was tue ich denn? Ich bin zu hibbelig. Ich bin viel zu hibbelig. Als ob. Als ob. Hacker. Ganz klar, Hacks. I call Hacks. GG. Meine Hacks nennt man Skill. Okay, ich weiß schon mal, wer ein Target bekommt. Nein, okay. Zu gemein bin ich nicht. So. Kann ich wenigstens verzaubern? Ja. Glück gehabt. Ey, wo ist meine Angel? Ich hab mich hier ausversehen... Nein, sag nicht. Ich hab mir ausversehen TNT gekauft. Warum passiert mir das denn immer? Ich bin ein kleiner Twordle, ey. Ein totaler kleine Twordle. Ich hab ne schärfe Angel. Das reicht. Mehr brauche ich nicht. Aber mehr brauche ich nicht zu gewinnen. Nur das und mein Skill, der nicht vorhanden ist. So, 6 von 8. 7 von 8. Gleich geht's los. Und auch nicht. Doch. 5. 4. Action. Action, Leute. Action. Pass auf. Jetzt. Ach ne, nicht die Turnhalle. Ja. 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 Kaboom. Junge. Jo. Jo. Ja. Ja. Jo. 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 Ja. Jo. Gotcha. Ja. Jo. Ja. Junge. Ja. Ja. Ich fehl' einfach voll. Ja Jo, Junge Nein, jetzt bin ich in der selben Situation wie er eben Lol, wie ich abgestaubt wurde Ich wollte mich doch mobben, Mann Ich schärfe zwei Ja Jo, 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 ich lebe noch Hab auch nur noch einen Live, Junge Ja Ach, Mann Ja, ja, ja Ich muss weg, ich muss weg Aha Jo Ich bin so konzentriert, ne Schärfe Lol, Ultra, Ultra, Megaschwert Junge Na So Lol Lol Oh mein Gott Haha Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Haha Ich muss Leben regenerieren, sonst wird das nix Noob War das der Typ, der einfach geschrieben hat GG Skill ist mein Heck Oder so Ist er das? Stimmt Was sind das für Leute, Mann Schön am, äh, schön am, äh, schön am Flam NGG War War Zu Leicht Ah Schön schreiben, ja, war viel zu leicht, ne No GG, Digga Ah, ich liebe die Leute Ich liebe Leute Die immer, die immer die ganze Zeit flamen dann, während des Matches, irgendwie Das war mega knapp, mega viel Glück hatten wir Wir haben gerade noch so gewonnen Und trotzdem wurden wir irgendwie von beiden geflamed noch am Ende, dass ich ein Noob bin und so Ah, schön Danke fürs Zusehen Ich hoffe, euch hat das gefallen Wir gerne eine Bewertung da lassen und ein Like, wenn ihr mehr sehen wollt Danke fürs Zusehen und ich gehe jetzt dabei, weitere Videos für die Vorproduktion aufzunehmen Danke fürs Zusehen und ciao